Fliesenernst – seit über 30 Jahren Ihr starker Partner rund um die Fliese. Mit unserem Hauptsitz in Magdeburg und drei weiteren Standorten in Stendal, Rostorf und Wiebke sind wir in der Region bestens vertreten und für unsere Kunden einfach zu erreichen. Auf über 3500 Quadratmetern modernster Ausstellungsfläche präsentieren wir immer die neuesten Trends und ein riesiges Sortiment an Fliesen und Naturstein für den Innen- und Außenbereich. Warum Fliesen? Fliesen bieten ein angenehmes Wohnklima und schaffen Wohlfühlatmosphäre. Fliesen sind hygienisch und lassen sich auch bei stärkster Verschmutzung leicht reinigen. Fliesen halten auch hohen Temperaturen und mechanischen Belastungen stand. Fliesen sind äußerst langlebig und es gibt grenzenlose Designvielfalt. Damit Sie genau die richtigen Fliesen für Ihre Wünsche finden, werden Sie von unserem Team individuell und fachkundig beraten. Mit unserer 3D-Planung bekommen Sie eine genaue Vorstellung von Ihren neuen Wohlfühloasen. Lassen Sie sich durch unsere weitläufigen Ausstellungsräume führen und holen Sie sich Inspirationen, Formen, Farben, Stilrichtungen und Gestaltungsvarianten. Von der kleinen Mosaikfliese bis zu großen Formaten bieten wir ein breites Spektrum namhafter Hersteller. Ob für den Innen- oder Außenbereich, bei uns finden Sie die passende Lösung. Für kurzfristige Lieferbarkeit verfügen wir über mehr als 1000 Quadratmeter Lagerfläche und einen umfangreichen Lieferservice, damit Ihre Fliesenträume schnell Realität werden. Fliesenernst – lassen Sie sich faszinieren! Fliesenträume 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 Fliesenträume